So, auf der Bühne ist jetzt eine Band und die heißt Maximo Park und die singen Graffiti. Tamtam! Untertitelung des ZDF, 2020 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 What are we to adhere if romance isn't dead? Stay in line on the foreign trip. The wicked, oh-oh, will I need a lift? And did I say no? Let's move out! Thank you! Yay! Okay, ready? Lovely. Vielen Dank. Maximal Park war anders. Und wir haben auch eine Platte, die man kaufen kann. A Certain Trigger. A Certain Trigger kann man schon kaufen, ist nämlich schon draußen. Das lohnt sich auch tatsächlich. Es gibt ja viele von diesen Bands in letzter Zeit. Die stechen aber so ein bisschen für mich persönlich jetzt. Reinen Geschmack, die stechen so ein bisschen hinaus. Und die Szene, die wir eben gehört haben, die heißt Graffiti und sieht so aus. Und Alice Schwarzer war aber auch mal ordentlich verzückt eben gewesen. Vor allem über diesen Stummfilmstar. Ja, aber wie hübsch das alles aussieht. Ja, wirklich. Es aussieht wie ein Dino.